Harry sagt guten Morgen, heute am 2. Juli 2019. Es ist 8 Uhr und 50 Minuten. Wir haben 26 Grad. Keinen Wind. Keine Wellen. Sonne pur. Der Sommer kündigt sich an, es ist auch ein bisschen diesig. Und es wird mit Sicherheit auch noch wärmer werden. Der Sommer kündigt sich an. Der Sommer kündigt sich an. Untertitelung des ZDF, 2020 So und mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann auch wieder und sagen bis morgen, hasta manana.